Der Mann, der sich für meine Tochter interessiert, kommt aus Mailand. Wir ziehen dorthin, wenn ihm das Porträt gefällt. Sie gehen fort. Eins sollten Sie wissen. Einen Maler hat sie bereits vergrault. Sie hat sich geweigert, Modell zu sitzen. Er hat nie ihr Gesicht gesehen. Warum will sie nicht gemalt werden? Weil sie diese Heirat ablehnt. Sie müssen Eloise malen, ohne dass sie es bemerkt. Sie denkt, sie begleiten sie nur für ein paar Tage auf ihre Spaziergänge. Sie glaubt, ich soll sie beaufsichtigen. Und sie? Sehen Sie sich an. Können Sie sich vorstellen, sie auf diese Art zu malen? Ich bin hier, um sie zu malen. Das erklärt diese Blicke. Ich bin hier, um sie zu malen. Wie ist der Titel? Porträt einer jungen Frau in Flammen.